da sind wir wieder wir haben jetzt gerade diese beiden blauen oder tausend blauen haben wir hat siegt weil wir dachten wir haben so gefällt gerade das wollten wir jetzt nicht antun jetzt auch nicht weiter was passiert außer dass die tür hier aufgegangen ist vor und hier den tonic auf uns wartet ja und wir müssen jetzt ist weh ja gut ja dann los uns einfach mal machen und ja gut los warte warte ich bin schon da bitte schön komm jetzt wir müssen los du musst das augenblicklich töten Also erstmal was für richtig schlimm ist, dass wir gleich Kinder töten müssen. Und zweihens stand bei mir gerade, ich hab Vettel freigeschaltet. Aber ich bin schon wieder der Lieblingssohn. Ja, ich geb langsam auf und ich drück mal Enter. Felt mit Entschuldigung. Mit Angst. Felt mit Entschuldigung. Felt mit Entschuldigung. 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 Ab und auf. Noch ein ABER. Oooo Aaaaah Weckes aufspüren Rangka taumka 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 Ding 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 Jetzt los hier Irgendwas verpasst Ne bei mir war nicht so Ach schau mal Da krabbelt was Ohne Gitarre Ohne Saiten Ja war nicht Oh hier wird das schon wieder geballert Hübsch Irgendwas läuft hier Ah ja Hilfe Oh Komm wieder her Irgendwas ist hier gehört Oh die kriechen alle weg Whisky Squad Oh ich komme schwer nicht hoch Jetzt Beckel Wo bist du denn Was ist denn hier mit den Bussen los Oh Oh scheiße Oh scheiße Wui Ach dir der kippt jetzt Äh Hä Hä Äh Oh Oh Das ist doch genau dein Ding Jetzt hier Was Nooo Nooo Oh ich dachte ich falle wirklich runter Oh 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 Sind das verbrochene Wege hier Ja das stimmt Uppala Schon kratz gemacht irgendwie Wie schräg du stehst Wie schräg du stehst Hä Hä Ja dieses Zehending Ja wieso kommst du da dran und ich nicht Ich weiß nicht Hallo Hallo süßer Hecke Äh Äh Ich kann da nichts machen Oh Jetzt weiß ich warum ich den nicht übernehmen konnte Da muss erst mal was geschehen Ah ne Waffe Oh nein dann muss er gleich wieder geballert werden Aber nicht viel Munition Noch nicht Äh 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 Hier Äh Hilfe Äh ja er wollte die Munition hier auf einmal naja weil sie nicht vielleicht von den ganzen Leichen ja ich bin da über keiner rüber gelaufen ja so eben gerade schon aber da hinten leuchtet was blau ja blau jetzt habe ich das Gefühl wir waren hier schon mal ähm warte mal ah weil wir hier schon waren das kann sein wieder hoch oder was ja toll he 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 äh mal nur noch rausfinden wo man hier weiterkommt ja ich scheinlich ja irgendwas passiert jetzt das heißt vielleicht hier runter oder auf jeden wie das aussah wiegt sich kein Stück nach Luft oh alter oh hast du links das Plakat gesehen mit der dunklen Hand ne leider nicht ja sei froh ok ja da ist ein Vieh danke danke nichts zu Dank ich mache das nicht ich hätte das sonst überhaupt nicht gesehen das auch nicht ja da ist noch einer okay da wir müssen hier rein das auch nicht wo ist das schräg ist das ich behalte ihn mal ja laufend weg ja laufend weg ok und und nachladen der mensch ist eine super arbeitsteilung hier ja natürlich so muss das sein und gleich meine munition Prozent so hier nachgeladen und wieder natürlich da war ja einer war das alle doch ist das ist ein Weg hier oder wiege die Klischung irgendwie da Ja, ja. Und schon wieder, Muni. Das heißt, gleich kommen wieder die Viecher. Denke ich mir zumindest mal. Wäre logisch. Wenn wir den Weg finden. Ja, ja, ja. No, 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 no. Doch, nee. Ach, verdammt.